Kein Abseits, im Schlitz, so, und hinten ist wieder Caligiore, und der macht das super, ha ha, 2-2, ein Sensationstor, und ehrlich, das hat sich Dani Caligiore echt verdient, der macht ein super Spiel. Rodriguez, auch alles andere als souverän und sicher hier heute Abend, so, dann Schmitz, dann rutscht Lopez durch die Gegend, und dann ist das perfekt gemacht von Dani Caligiore. Es ist sein erstes Bundesliga-Tor, das wird er so oder so nicht vergessen, aber das hier muss man auch nicht.